Ich glaube, ein Interpreter traducht in direkt, in live, aber eine Tradubertin macht ein weiterer Job, aber nicht in direkt. Der Interpreter tradiert oralmente den Translator, Pat. Ich glaube, ein Übersetzer übersetzt H genau und jemand, der interpretiert, fasst es zusammen. Würde ich jetzt mal sagen, also die Kernaussagen zusammenfassen und Versuch das Wort für Wort wiederzugeben. Der Tradubert ist derjenige, der das den Text literalmente transmitiert und der Interprete in einer Art, der auch andere Information bietet, vielleicht nicht verbale oder andere Charakteristiken. Der Interpreter ist derjenige, der im Moment traduziert und der Tradubert ist derjenige, der vielleicht traduziert Texten oder andere Sachen. Ja... Also ein Übersetzer ist, denke ich, jemand, der schriftliche Dokumente übersetzt und ein Ein Interpreter, also Dolmetscher auf Deutsch ist jemand, der simultanisch übersetzt, also wenn jemand spricht. Ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht genauer Unterschiede, aber ich würde sagen, dass der Interpreter Interpreter ist eher jemand, der ein Mensch, der eine Sprache ist, wie es im Parlament passiert. Und der Sprache ist jemand, der eine Sprache ist, der eine Sprache ist. Das kann auch hier auf europäischer Ebene sein, wie auch in anderen Registungen, aber es ist eher jemand, der ein Sprache ist, der eine Sprache ist. Das weiß ich nicht wirklich. Aber ich denke, ein Translator macht das einfach Wort per Wort. Und ein Interpreter versucht, ein Sinn darin zu finden und vielleicht auch subtiele, kleine Verschillen darin zu treffen. Ich 對啊 was auch immer wieder absolutt und erf discrete eine Sprache ist, Bis zum nächsten Mal.